heute machen wir angriff auf die grube ich glaube das ist für mehr als einen normal konzipiert weil hier auch eine menge elite gegner rummachen aber wir werden es ja gleich sehen so momentan sehen wir noch gar nichts da unten ist irgendwo ein silberliter oder da drüben also hier ist es etwas blöd hier geht es halt ewig rundherum und man muss sich halt die gegner suchen die meistens ein stockwerk tiefer sind da unten zum beispiel hat man eine menge gegner und hier unten ist der silberliter der doch gut was aushält und dafür bringt er 20 prozent so muss das sein ja hier sind lauter eliter also das dauert jetzt etwas länger dadurch dass die halt auch so langsam umfallen normalerweise meldet man sich hierfür für eine gruppe an aber momentan gibt nicht so viele gruppen wir können natürlich hallo ach so das war ein katapult okay ja damit habe ich jetzt nicht gerechnet ich habe jetzt eigentlich gedacht dass das irgendwie zum abschießen von den vögeln da ist aber neuer auch nicht schlecht so hier unten können wir uns austoben ich habe nur das das könnte unangenehm werden Ich glaube, hier gibt es irgendwas, dass man sich durchrollen kann. Ja, nur Elite-Gegner ist schon etwas härter. So, ähm, hier oben. Oder war das auf der anderen Seite? Ja, da gibt es irgendwas, dass man sich hier durch die Menge katapultieren kann. Da kommt dann eine Menge Schaden raus, aber ich weiß jetzt auch nicht, wo genau das ist. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust, hier runter zu gehen und den qualvollen Heldentod zu sterben. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier ein bisschen... Hallo? ...der nichts bringt. Also... ...doch hier mehr Gruppen widmen. Heilig gesperrt, ich glaube, es hackt mein Freund. Kleiner Drecksack. Ich habe kein Ziel. Ja, das war so eine Quest, wo man nur mit einer Gruppe machen konnte. Und dann haben sich die Leute immer beschwert, weil bei ihnen keine Apexiskristalle getroppt sind. Aber bei den anderen... ...ich war einer von denen. Also wo es nicht getroppt hat. Hier drüben... ...Signalfeuer für Bombardemong. Bombardemengen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, wir sind ja schon bei 58. Aha, benötigt 20 Munition. Wie viel haben wir denn? Och, gar keine. Das ist aber auch schön. Hä, wo kriegt man denn die scheiß Munition her? Ach, die liegt hier ja überall rum. Ja, ich wäre irgendwie vergesslich. Dadurch, dass es jetzt auch schon etwas länger her ist. Man kann sich ja nicht alles merken. Kleiner Stapel Munition. Da drüben bringen wir... Nein! Oh Mann! Bäh! Das ist nicht nett. So. Truppenschleuder. Hm. Ich schleudere mich nicht nochmal hier irgendwo hin. Ich muss zuerst etwas anvisieren tun. So, 72 haben wir jetzt. Wenn wir hier draufklicken. 73 hatten wir. Jetzt haben wir 80. Huh. Ich brauche ein Ziel. So, haben wir genug Munition. Benötigt 20 Munition. Wie viel haben wir denn? Ich habe doch eben genug aufgehoben. 10. Aha. So. Nächster weg. Das... Ja, ich mag das hier nicht so. Weil es halt auch ewig dauert. So, komm, wir schleudern uns nochmal. Wo wollen wir denn hin? Dadurch. Yay! Ich bin der Herr von der Tankstelle. Sie hatten was bestellt. Das wird noch fehlen, so für nachts, äh, Tankstellen-Lieferdienst. Äh, eigentlich Taxi. Also, wie ich noch Taxi gefahren, äh, hab, das war auch manchmal, da wollte die Kundschaft nachts Zeug haben. Oh, wir haben es abgeschlossen, wow. Äh, wollte die Kundschaft nachts Zeug haben, ich musste es erst mal aus eigener Tasche vorlegen. Ja, wo ich dann gar nicht wusste, kaufen die das jetzt überhaupt? So, wir nehmen einmal die Kanone. Und, ich möchte hier hoch. Damit wären wir dann nämlich raus. Da oben ist ein Flugpunkt. Den wir wahrscheinlich auch noch nicht haben. Oder haben wir den? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir den haben oder nicht. Ja, den haben wir. Ja, ist ja noch besser. Gut, dann machen wir morgen die Invasionen hier drüben, ähm, zum Frostfeuergrat hin. Das heißt, wir müssen von, äh, von wo aus müssen wir denn? Von hier am besten Wildwacht, ich würde sagen Brecherkuppe. Ja, da können wir jetzt schon mal hinfliegen. Und wir machen das halt jetzt wirklich so, dass wir auch den Weg immerhin zeigen, äh, dadurch, dass ich, dass ich ja eh jeden Angriff eine Folge mache. Charles Finsterschwinge. Oho, kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Aber ich glaube, den haben wir schon mal gekillt gehabt, äh, wie wir gelevelt haben. War das nicht so? Ich weiß es nicht mehr, es ist so ewig her. Egal. So. Dann sind wir jetzt hier. Wir müssen hier rüber, das heißt da entlang. Und das werden wir morgen machen. Dann, hoffentlich, bis morgen. Tschüss. ёзaus einen Partner nach , Auch mal ist